Helmut Büchel, ganz spontan, was geht dir jetzt im Kopf vor? Ja, es ist eine kleine Freude hier, noch einmal ein sehr spannender Wahlkampf oder Abstimmungskampf. Wir sind davon ausgegangen, dass es knapp wird, aber dass es jetzt gar nicht so knapp wird. Ja, aber auf jeden Fall bin ich zufrieden als Mitglied für EG und das Ziel ist erreicht, wenn es knapp erreicht ist. Danke. Ja, das ist jetzt wirklich ein wechselbarter Gefühl gewesen und nach einem längeren Abstimmungskampf, man hätte schon erwartet, dass es wirklich ein knappes Resultat gibt und jetzt ist es fast noch knapper geworden, als man erwartet hätte. Aber ich bin natürlich erleichtert und bin froh, dass jetzt die Regierungslösung diese Kraft hat und das ist sicher eine solide Lösung. Beim anderen sind doch sehr grosse Risiken damit behaftet gewesen. Herr Alois Blank, als Mitglied der EG, was geht Ihnen im Augenblick in Ihnen vor? Große Freude und ein Dank an alle, die uns geholfen haben und vor allen Dingen, die auch für uns gewählt haben. Und es freut uns natürlich, dass man die Wahl jetzt gewonnen hat, wenn Wien abgelehnt worden ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder eigentlich bessere Zeiten im Land haben, damit man nicht immer die Leserberate von Herrn Freig lesen muss. Also es ist natürlich eine sehr knappe Sache gesehen und Balzner haben mir jetzt persönlich nicht so viel Freude gemacht, aber Balzner sind ein bisschen sechstrig, wenn wir wissen und auf das bin ich auch stolz. Ich glaube einfach, es ist gut, dass wir eine demokratische Entscheidung haben und Demokratie ist manchmal sehr knapp, wenn wir es jetzt so gesehen haben, aber sie ist so, wie es ist und jetzt hoffe ich, dass auch die anderen die Entscheidung akzeptieren würden. Ja, es ist sehr knapp, sehr knapp, mit 74 Stimmen. Natürlich freue ich mich, dass das Resultat so gesehen ist, wie ich persönlich gewünscht hätte, es wäre noch ein bisschen deutlicher, aber es ist ein demokratischer Entscheid und der, egal auf welche Seite, dass es am Schluss den Entscheid gibt, wäre, hätte man eher akzeptiert. Und so freue ich mich natürlich, dass er so gesehen ist, wie wir auch propagiert haben, wenn es anders um mich gesehen wäre. Naja, aber von ihm müssen wir auch nicht reden, weil die Freude ist da. Große Erleichterung, aber ich habe immer gedacht, dass die Lüchterstörner schlussendlich vernünftig abstimmen, knapp aber doch und das Richtige tun. Also das Ergebnis ist eben nicht klar, 50,3% sehr, sehr knapp, aber gut, es ist so, um zur Kenntnis zu nehmen. Ja, ich hätte mir lieber ein eindeutiges Resultat gewünscht, aber es ist jetzt so. Mit dem machen, wie es ist, also so machen, wie es ist, ja. Warum ist es Ihnen fast schon zu knapp? Was wäre jetzt besser gewesen, wenn es deutlicher gewesen wäre? Für mich wäre es besser gewesen, wenn es auf einer Seite gegangen wäre, plus oder minus. ein klares Resultat wäre für mich auch besser gewesen. Warum? Warum? Dann ist für mich der Wählerwähler eher erkennbar und dann ist es klar, was Politik machen muss. Aber gut, der Entscheid ist so, ich bin natürlich froh, dass es so ist, aber ja, ich habe mir mehr erwartet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.